Oh, hallo! Genau das habe ich neulich im Fernsehen gesehen. Hast du etwa auch? Nein. Du hast auch im Chateau gewonnen. Seit wann spielst du den Lotto? Seit vier Wochen. Wir spielen seit 30 Jahren. Du? Und wie? Mit dem Hochquotenspiel von Faber. Hochquotenspiel von Faber? Und wie viel? Eine Viertelmillion. Und wie kann man damit machen? Mit diesem Brief morgen in ihrer Post. Faber mit System zum Gewinn. Du hast auch im Chateau gewonnen. Mit diesem Brief morgen in ihrer Post. Faber. wie war meineita nieder von Faber. Vielen Dank.